Manchester United ist in Tottenham Hotspur ist das Halbfinale des englischen Fußballpokals gefolgt. Gegen Breiten. Nach einer mustergültigen Flanke von Nemanja Mette köpfte der Belgier Romelu Lukaku seine Mannschaft in der 37. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Sieben Minuten vor Schluss wurde der Vorbereiter des ersten Treffers selbst zum Torschützen. Nach einer Hereingabe von Ashley Young besorgte Mette das 2 zu 0 ebenfalls per Kopf, mit dem Einzug in das Halbfinale warte Manu United Chance, noch in das EM-Jahr mit Rekordpokalsieger FC Arsenal gleichzuziehen. Die Gunners haben den prestigeträchtigen FA Cup in ihrer Geschichte bereits 13 Mal gewonnen, Manchester steht aktuell bei 12 Erfolgen. Neben Manchester und Tottenham könnte am Sonntag auch der FC Chelsea in Vorschlussrunde einziehen. Die Blues bekommen es in ihrem Viertelfinale mit Leicester City zu tun. Zuvor treffen bereits Vegan Athletic und der FC Southampton auf ein.